Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Gedankenhygiene. Das heißt, so wie du deinen Körper pflegst, so kannst du auch deine Gedanken pflegen. Und darum dreht sich heute dieses Video. Einmal, dass es das gibt, dass du das tun kannst und auch was es bringt. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Hier immer noch in der Kulisse wie auch die letzten Videos. Genau, ich habe da einfach viele hintereinander aufgenommen, weil ich nicht wusste, wann komme ich das nächste Mal dazu. Und ich wollte einfach ein bisschen Content vorbereiten für die nächste Zeit. Gedankenhygiene. Ich habe schon mal, es ist eines meiner allerersten Videos, die habe ich noch mit meinem Laptop aufgenommen. Also keine besonders gute Qualität. Das findest du in der Playlist ganz, ganz am Anfang, wenn du auf Videos klickst und dann sozusagen nicht die Neuesten zuerst, sondern die Ältesten zuerst, dann wirst du das da erkennen. Das heißt Psychohygiene einfach nur. Und da geht es eher darum, was du tun kannst, um dich körperlich gesund zu halten, um wirklich ein glückliches, zufriedenes Leben zu haben. Darum geht es auch in diesem Video. Und damals ging es aber halt mehr so um die körperlichen Erkrankungen. Also wie kannst du deine Psyche reinhalten? Und das Thema, das ist so ein bisschen ähnlich, aber nochmal spezieller auf die Gedanken ausgerichtet. Genau, eine Freundin hat das Wort neulich verwendet, als wir im Gespräch waren. Und ich habe es jetzt einfach aufgegriffen, weil ich es wirklich wichtig und wesentlich finde. Du bist ja auch ein Mensch, der viel am Denken ist, sich alles genau überlegt und oder einfach in den negativen Gedankenmustern festhängt. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sich viele Dinge fünfmal überlegt, bevor ich etwas tue. Ich freue mich immer wieder, wenn ich impulsiv handele, weil das bei mir nicht so oft vorkommt. Auch wenn ich immer wieder aus dem Moment heraus handele und so, das kommt schon auch vor. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht widersprochen, aber es ist so. Doch, ich habe schon das Gefühl, ich bin ein Mensch, der ganz schön viel denkt und überlegt. Gedankenhygiene, da geht es darum, dass du dir bewusst bist, dass es a. Gedanken sind und b. dass du nicht die Gedanken bist. Und dann auch zu bemerken, ob diese Gedanken, wie die dich beeinflussen, wie du, wie die deinen Alltag prägen. Es gibt diesen Spruch und ich merke das immer wieder, Gedanken werden Realität. Gedanken sind Realität. Deine Gedanken erschaffen die Realität. Natürlich gibt es da auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Deine familiäre Disposition, also das, was du durch deine Familie mitbringst, die ganze Prägung durch die Gesellschaft und so. Ich saß gestern, war ich in einem der vielen Tempel hier in Bangkok und habe mich vor den Buddha des Glücks gesetzt. Viele Menschen laufen da immer nur durch und machen Fotos von den tollen Statuen. Ich finde immer in diesen Tempelanlagen die Energie so besonders, weil die Thailänder da wirklich hingehen, um zu beten, um Erlösung zu erbitten oder was auch immer. Und ich saß dann da vor dem Buddha des Glücks und habe mich erinnert an glückliche Momente in meinem Leben und habe mich an Situationen erinnert. Und das war schön, weil ich mich in diesem Moment damit verbunden habe. Und meine Gedanken kreisten sich um diese glücklichen Momente. Und es gibt ja, vielleicht kennst du das auch, diesen Spruch, dass du halt mit deinen Gedanken dir Situationen ins Leben ziehen kannst. Und ich wollte einfach das Glück in meinem Leben damit bestärken und den Blick auf diese Situationen lenken. Du kannst das, das ist zum Beispiel so die Gedankenhygiene, dass du entscheidest, welchen Weg du gehst und welchen Gedanken du folgst. Meditation ist da zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, was mir geholfen hat, wirklich immer wieder zu bemerken, aha, das ist jetzt ein Gedanke. Ich erlebe das zur Zeit sehr stark, dass ich bemerke, ach ja, da ziehen so Gedanken an mir vorbei. Ich habe eine ganze Playlist mit Meditation. Wenn ich daran denke, packe ich sie in die Infobox, aber du kannst auf jeden Fall auf Playlist klicken. Wenn du auf meine Seite gehst, auf meine YouTube-Seite, findest du jede Menge Videos zum Thema Meditation. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, habe gerade vor kurzem unter dem Projekt Start Meditation ein neues Video rausgebracht für Meditationsanfänger. Genau, aber diese Meditation hilft mir wirklich zu bemerken, dass es Gedanken gibt, dass es Gedanken sind, die da vorbeiziehen und dass ich da nicht einsteigen muss in dieses Boot. Ja, es gibt ja manchmal so, da schießt irgendwas in den Kopf oder es kreisen die Gedanken immer und immer und immer und immer wieder um dieselbe Sache und es ist total schwer, da rauszukommen. Und dann das zu bemerken, ja zu sagen, durchzuatmen und weiterzugehen. Ich will nicht sagen, dass es immer leicht ist, da rauszukommen, aber es ist möglich, indem du dich zurücklehnst, indem du dich auf den Atem konzentrierst, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Damit holst du dich in den Moment und in deinen Körper rein und raus aus den Gedanken. Und die Gedankenhygiene, da geht es halt darum, was kreist da oben, das bewusst zu haben und halt auch, wie gesagt, bewusst zu sein, dass du nicht deine Gedanken bist. Der Kopf produziert unentwegt irgendwas. Bei positiven Gedanken ist es vielleicht noch schön, da springen wir dann auch so mit rein oder auch das kann dich aus dem Moment, aus dem Hier und Jetzt rausbringen. Du bestimmst, was da in deinem Köpfchen vorgeht, wenn du das immer weiter übst. Du kannst dich deinem Leben ausgeliefert fühlen oder du bist der aktiv Handelnde in deinem Leben. Ja, das sind auch so zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen. Klar, manchmal ist das gut, sich zurückzulehnen, das Leben passieren zu lassen. Aber in Momenten, wo du merkst, es tut mir nicht gut, es fühlt sich nicht gut an, dann auch Dinge zu verändern. Und ich habe immer den Spruch geliebt, komm von dem Punkt, dass alles möglich ist. Hol dich raus aus diesem kleinen Ich, aus diesem kleinen Ego. Ich sage nicht, das Ego gibt es nicht, das Ego ist, das muss man auflösen oder sonst irgendwas. Bei den meisten Menschen, die zumindest bei mir in der Praxis sind und waren und auch bei mir selber, war es erstmal notwendig, überhaupt ein Ich aufzubauen. Was will ich? Was ist mir wichtig? Ja, und dann ist ein anderer Pol sozusagen, davon auch wieder loszulassen, das Leben geschehen zu lassen. Nicht da oben die Gedanken kreisen zu lassen und permanent nur in den Gedanken zu hängen. Alles fünfmal zu überlegen. Sondern auch auf das Bauchgefühl zu hören, auf die Intuition, der zu folgen, dich dem Leben anzuvertrauen, Zeichen zu bemerken und dich führen zu lassen auch. Also du merkst schon, die Gedankenhygiene, das sind ganz viele verschiedene Aspekte. Ich habe jetzt einfach ein paar davon beleuchtet. Wenn dir noch etwas zu dem Thema einfällt, ich habe lange nicht alles gesagt und ich komme mir auch gerade nicht so gut strukturiert vor, aber ich hoffe, du konntest trotzdem was mitnehmen aus dem Video. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was es in dir ausgelöst hat, wozu es dich inspiriert hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. YouTube hat irgendwie neue Algorithmen. Ich habe das auch gemerkt, dass meine Videos nicht mehr so oft angeschaut, also angezeigt werden, deswegen ist das, bringt das vielleicht eher was, wenn man die Glocke eingeschaltet hat. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Aber ich möchte natürlich, dass möglichst viele Menschen die Videos erreichen und ja, einfach dieses bewusste Sein immer mehr in die Welt kommt. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Wenn du noch weiter schauen magst, dann kommen hier jetzt gleich zwei Videos. Da kannst du dann gucken, ob dich eins interessiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!